Moin, moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Satisfactory Update 5. Wir spielen schon ganz schön lange Update 5, nicht wahr? Die Frage ist natürlich, wann kommt Update 6 und so weiter? Und für die Leute, die es vielleicht interessiert, man weiß es nicht. Man weiß, Spire Coast wird sich ändern, man weiß, die Nodes werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein wenig versetzen. Aber sonst wissen wir gar nichts, das macht mich unglücklich, das macht gefühlt auch Snud und Jace, die beiden Community Manager von Coffice, den auch unglücklich. Aber offensichtlich gibt es da noch keine News. Wie dem auch sei, wir haben hier ein bisschen Arbeit zu tun, Mini-IBM muss abgegradet werden. Ich mache mich mal klein. So, okay, ab geht das. Beim letzten Mal haben wir hier schon gute Arbeit geleistet. Und ich werde jetzt hier auch ein wenig, hier mal ein bisschen redesignen. Wir hatten beim letzten Mal, da fehlen jetzt hier nochmal die Assembler, ein Assembler muss dazukommen. Und dann muss ich mir nochmal was überlegen. Hier für die Crystal Computer, das muss erweitert werden. Und Bahnhöfe, Leute, da haben wir nämlich ein little problem. Das hier alles ist irgendwie, das muss alles weg. Wahrscheinlich kann man das dann auch alles wegwerfen hier. Natürlich auch nicht so geil. Aber wir werden jetzt hier erstmal so ein bisschen wieder abreißen. So, das hier nervt mich. Himmel. So. Ne, das Ding brauchen wir nicht mehr. Das kommt alles weg. Ich glaube, das ganze Ding hier unten kann weg. Sehr, sehr gut. Jo, was ist denn das da hinten? Ach hier, okay. Dann machen wir heute, will ich das hier, den hier, den Highspeed Anschluss wegnehmen. Ja, natürlich. Was haben wir denn hier? Oha, 200 von denen. Erstmal hier die ganzen Rohstoffe weg. Kann ich die 200 mitnehmen? Noch irgendwas? Äh, eigentlich eher nicht, ne? Plastik. Oh. Das kann auch weg. Okay. So. Das ist hier nämlich diese ganze... Ich werde das hier auch ab, diese vier hier in der Reihe, die werde ich hier hinstellen. Hat man das ein bisschen besser. Und leider, Leute, ich muss mir Gedanken machen um die Bahnhöfe. Ich bin nicht zufrieden, wie dieses ganze Logistiksystem aktuell funktioniert. Und ich habe da eine Idee. Muss mal gucken. Wir haben ja so diesen Import mit den automatischen Verkabelungen und den Rahmen. Aber das ist eigentlich auch nicht geil gelöst, ne? Weil immer alles volllaufen muss, bevor du dann irgendwas im Dings hast, im Lager. Und das ist nicht gut. Ergo überlege ich mir da was, wie wir das irgendwie besser machen können. Was ich mir auf jeden Fall auch überlege. Ich haue hier erstmal ein kleines, kleinen Container hin, damit ich hier so ein bisschen was wegwerfen kann. Weil ich werde jetzt ein bisschen was abreißen. Und da werde ich natürlich viel Stuff hier rauskriegen. Und deswegen. Na, ihr seht ja jetzt schon. Das ist einfach sehr viel. So, okay. Los geht's. So, wir machen jetzt erstmal hier das Förderband-Kram hier. Das kommt alles weg. Das, das. Obwohl die... Wer hat denn das gebaut? Das sieht ja... Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja ganz schwierig. Aber okay, das lassen wir erstmal so. Ähm. Das ist denn jetzt hier eigentlich nur in so die richtige Richtung mit diesem, mit dem ganzen Glaspinament. Ah, tschukki, tschukki, tschukki. Das kommt mal hier alles weg. So, erstmal die Dinger hier. Ja, ja. So, die Förderlifte. Die Splitter. Das Gute ist, ich muss sagen, dieses selektive Dismantling, ne. Tipptopp. Okay, dann haben wir das hier so weit weg. Ja, ganz ehrlich, ich hatte auch einen Kommentar gelesen, irgendwie von wegen, ja, cool, mit dem Abriss und so weiter. Dass man das mal sieht. Und so, eigentlich theoretisch sind das jetzt hier nur Überbleibsel von der Nicht-Masterclass, ne. Wenn du dich an den Masterclass hältst, dann wirst du in der Regel nur erweitern, aber nicht nochmal abreißen. So, hier, die machen wir hier mal alle kurz weg. Weil diese ganzen nicht alle in der richtigen Orientierung sind, ne. Ich immer so gucke, welche haben wir jetzt da hinten. Okay, ne, in die Richtung. Also, bleibt das auch so. Wir sind ja, wie gesagt, keine Barbaren. Das ist ganz wichtig. So. Okay. Wie ist die Orientierung noch falsch? Das ist natürlich, äh, für manche, die sagen sich, ach, Tuki, ne. Aber für mich ist das wichtig, Leute. Für mich ist das wichtig. Es ist einfach, es ist gut. So, jetzt haben wir das hier fertig. Alles, äh, abgerissen entsprechend. Na gut, das können wir ja auch nochmal machen. So, ne, und jetzt guckt euch das mal an. Jetzt haben wir natürlich wieder ordentlich hier irgendwelche Sachen. Jetzt kommen erst mal Produktionen, fünf Fabrikatoren, ne. Und da brauchen wir halt einfach nur, ähm, die, äh, Quarzsand, ne. Und dann, war ja sogar Quarzsand, ne. Ja, genau. Die machen wir einfach hier. Wir brauchen exakt fünf, ne. Ja. Vielleicht mal ja auch einfach sechs, ne. Wieder, ähm, dann kann ich einfach drei machen und die gegenüber setzen. Mache ich das sogar so. Eins. Zwei. So. Äh, das, das. Na, dann spart man in Häkchen Platz in der Länge, ne. Und hat das aber hier, äh, und muss nicht noch extra, ähm, neue, neue Sachen. Hier, also die, die, äh, Verbindungen hier, ne. Da braucht man dann nicht allzu viel. Sondern quasi nur drei. Und nutzt einfach noch den zweiten Output vom Splitter. Und dann statt fünf von diesen, äh, Konstrukten, brauche ich jetzt nur zwei. Deswegen, äh, finde ich es halt auch immer ganz gut, wenn man diese geraden Zahlen hat, ne. Dass man dann entsprechend, ne. Und ich muss sagen, es geht, das Verbinden geht dann sowieso ein bisschen schneller noch. Ne, und schon ist es fertig. Ja, also, ist schon cool. So, jetzt haben wir hier Silizium Platine. Wie wir hier extrem viele machen. Ja, auch nicht so viele, aber, ne. Wir brauchen fünf, deshalb, wir haben sechs. Das heißt, die letzten waren noch 50%. Schon haben wir es. So, jetzt das natürlich noch verbinden. So, ne, und jetzt kommen hier tatsächlich, hier ist der Fusionator. Und jetzt kommt hier der erste Förderbandsplitter. Muss man mal sehen, wie wir das machen. So, hier kommen die Kupferbleche rein. Das ganze Ding hier kommt mal weg. Okay, und dann wird hier entsprechend rübergezogen. Ich glaube, Huxle war es, der gesagt hat, hier, da gibt es immer so, ähm, so Lücken zwischen den Dingern. Und, äh, ja, das mag sein, Huxle, das ist auch alles richtig. Aber, das ist, äh, also, irgendwann ist halt auch bloß so, ne. Also, klar, kann jeder machen, wie er möchte. Aber, ähm, ich fange da jetzt nicht an. Also, es wäre eigentlich nur einmal weiterziehen, ne. Diese Lücke, um die Lücke zu fließen. Aber das brauchen wir halt auch nicht unbedingt. So. So, wir machen das jetzt mal. Ja, ist scheiße, aber du ist es. So, und das noch mal hier hin. Und hier kommt auch nochmal extra. So, alle verbunden. Alle Platinen. Perfekt. Na, jetzt kommt hier halt noch sehr viel Kupferbleche raus. Die werden jetzt erstmal alle voll gemacht. Und die Platinen werden wir uns natürlich hier können fusionieren. Die brauchen wir natürlich hier hinten entsprechend. So. Okay. Jetzt ziehen wir hier einfach lang. Sehr, sehr schön. Output ist da. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch Quarzsand. Und der kommt dann später. Ich will jetzt erstmal alles soweit fertig machen. Ach, sag mal. Kupferbleche. Brauchen wir das Ding ja gar nicht. Da brauchen wir gar keinen Splitter. Okay. Die sind offensichtlich alle voll. Sehr gut. So, und dann gehen hier die Platinen. Und die Platinen, ne, da seht ihr ja schon, die Platinen brauchen wir ein, zwei, drei Mal, ne. Einmal Richtung Crystal Computer. Einmal diese adaptiven Kontrolleinheiten und einmal Circuit Boards. Deswegen, ähm. So, ich mach mal kurz gucken. Wo haben wir das Ding? Oh, und natürlich hier unten hinten, ne. Für diesen High Speed Manufacturer. Den könnten wir tatsächlich einmal hier hinsetzen. Und da können wir jetzt hier natürlich entsprechend wieder die Splitter reinpacken. Ich glaube, wir bauen mit drei, ne. Silizium High Speed. Normaler High Speed. Silizium High Speed. Welchen haben wir hier genommen? Den normalen High Speed, ne. Silizium würde auch gehen, aber da brauchen wir doppelt so viele, ähm, Platinen. Und wir brauchen, ihr seht's hier, Quarzsand. Was vielleicht gehen würde, aber, ja. Okay. Weil jetzt kann ich hier nämlich... Hier kommen dann die Platinen rein. Und die gehen dann danach weiter in die Crystal Computer. Und da brauche ich nicht diese komischen Splitter und Volllaufen und so. Sondern ich mach einfach... Ich schleife einfach durch. Ich gucke hier mal gerade, wo... Kommen da hier irgendwelche Sachen? Platinen sind noch... Ne, Platinen ist das, was gerade fehlt, ne. Ja, und dieser Bereich hier, da haben wir vier, da sollen aber auch mehr hin, ne. Ja, ist doch gar nicht so ohne, das hier alles, ähm, zu bauen. So, dann brauchen wir hier nämlich Kabel. Und, was war noch? Turbodraht, gell. Aber das kann ich einfach mal wegnehmen. Machen wir hier, ne. Je weniger, ähm, Lücken, also beziehungsweise Verbindungen man hat, umso besser. Okay. Dann schauen wir... Ah ja, sind alle hier. Wo haben wir denn da hinten? Denn, denn... Hier ist das... Ach Gott, das ist ja schrecklich hier. Turbodraht haben wir, aber schrecklich. Gut. Dann machen wir hier nochmal schnell Glas draus. Wir müssen ja in die Richtung. Beziehungsweise hier, das kann dann weg. Dann machen wir wieder zu. Okay, und dann haben wir hier nochmal eins und nochmal zwei. Ah, das ist irgendwie aber auch ein bisschen zu hoch. Und das kommt halt original von da hinten, ja. So, hier haben wir das Kabel. Hier kommt ab und zu mal so ein einsames Kupfer her. Ich weiß gar nicht, ob das... ...sollte passen. Aber okay, wir werden das jetzt erstmal... ...noch mal verbinden. Aber durch diese Hügel, ne? Oh Gott. Anstrengend. Okay. Wir werden hier... ...hier seht's ja, ne? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Wenn ich jetzt hier schon so einen... ...Fördermast hinsetze. Na doch, es geht. Aber oh Gott, wie sieht denn das von oben aus? Hm. Alrighty. Okay, wenn's geht, dann geht's, ne? Da bin ich jetzt... ...auch schmerzfrei. Und das hier so drauf. Und dann wird das hier so parallel geführt. Da können sie von oben bücken. Das ist alles. Können gerade, ne? Perfekt. Und mehr oder minder versteckt, ne? Das ist ungenügend Material. Okay. Das ist klar. Schnell was holen. Eigentlich ist das hier alles komplett wasted dann, ne? Das kann dann weg. Okay. Okay. So, dann machen wir das gleiche, welchen ich sag mal Trick. Mal hier. So, Kabel, lass ich mal hier so, okay und das Ding hier lang. Na ja, und schon haben wir hier entsprechend. Was müssen wir passieren? Klar. Aber jetzt haben wir die Kabel und Turbo Draht drin. Und hier hinten geht es dann einfach quasi in den Zug. Okay. Das ist für mich hier auch so Kupfer, obwohl jetzt ist es eigentlich so Platin und Platin ist eigentlich so grün. Dann machen wir mal individuelles Farbfeld. Hallo, bearbeiten bitte. So, machen wir das mal so. Und das war ja eher so ein dunkles Grün mit vielleicht so ein bisschen Gold. Auch ein bisschen eher dunkel. Und hier werden Platinen gemacht. Schade, dass man das halt, also doch, man kann es ja speichern, diese voreingestellten Sachen. Aber es ist ja, also ich muss sagen, da kann man noch ein bisschen was machen. Auch am Interface. Ein bisschen mehr speichern und so weiter. Das höre ich auch immer von euch wieder. Alrighty. Das ist soweit am Start. Und jetzt müssen wir Folgendes machen. Also, wenn ich das hier sehe, das ist einfach nur Pain hier alles. Ne, hier brauchen wir, klar, automatische Verkabelung, Platinen, schwerer Mod und Computer. So, die Computer, fein. Schwere Modrahmen, komm, ich weiß nicht woher. Ich nehme das ja erst weg. Da kriege ich jetzt schon Plug, wenn ich das jetzt sehe. Das ist schrecklich. Und das ist das. Ja, ganz, ganz schwierig hier alles. Ich werde hier unten auch mal ganz kurz den Rotstift ansetzen. Und hier mal ein bisschen weghacken. Das ist alles schon frei, sehr gut. Dass ich hier einfach mal ein bisschen mehr Platz habe, ne. Weil das hat mich die ganze Zeit auch schon genervt. Naja, noch die Wegekreuzungen, als wir noch kein, äh, kein Harperpack hatten. Ne, das ist jetzt immer so. Haben wir immer so ein bisschen Nostalgie. Huch. So, das ist jetzt da. Auch das hier so irgendwie unter, so unter den Dingern hier so lang führen und so. So cool. Ja, wir nehmen das jetzt hier mal alles weg. Das muss ich neu designen. Das gefällt mir auch einfach nicht mehr, Leute. Und wenn mir das nicht gefällt, dann gefällt es euch wahrscheinlich auch nicht. So. Das Ding auch wieder zumachen. Alrighty. Ähm. Ja, der Miner Mark 2, ne. Also hier für, äh, für Erz brauchen wir fast gar nicht mehr. Ich werde den trotzdem mal hier stehen lassen, aber eigentlich. Okay, jetzt haben wir Fläche. So, und jetzt müssen wir halt auch überlegen, wie wir das machen mit diesem, mit dem ganzen Bahnhof, ne. Also theoretisch muss ich den auf jeden Fall noch verlängern. Hier ist der große Export. Okay, hier ist auch nichts drin. Hier ist der Export. So, und normalerweise, was man jetzt machen kann, Leute, ist, ähm, genau wie er hier, ne. Wir bringen jetzt die Sachen und den Überfluss nehmen wir quasi wieder mit. Hier macht es im Prinzip gerade keinen Unterschied. Aber, ähm, im Endeffekt könnte man das, wenn wir das jetzt hier alles rausnehmen. Hier in dem Fall, genau, das ist ja. Ja, das genau alles rausnehmen und den Überschuss auch schon wieder zurückführen. Aber das ist sehr schwierig. Dazu müsste man unser Steelworks auch redesignen. Und, ähm, Bahnhof technisch. Ich nehme an, hier ist alles voll, ja. Und da auch, ja. Deswegen fährt er einfach weiter. Ja. Ich überlege gerade, das hier, das kann ja auch alles weg. Wenn man den Bahnhof hier mal ein bisschen erweitert. Ach ja. So, was wir nämlich brauchen, sind Quarzoszillatoren und Quarzsand, ne. Das muss hier raus. Aber auch nur so viel, ja, wie es hier möglich ist. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall einen zweiten Bahn. Ergo einfach hier wieder. Zum Glück kann man hier gut erweitern. Mal was ruhig mal in die Richtung. Nehmen das hier mal alles weg. Mal was. Mal was Этаht, ne. Ok, zweiter Bahnhof. So 1 und 2 Frachtplattformen, es fehlt mir jetzt hier, ok Beton habe ich zum Glück da. Und es ist halt auch, ach ne, andersrum, wir wollen es andersrum, dahin, 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 jetzt muss das Ding da draußen, ok. So, Blocksignal, da rein, da rein, da rein, das ist blau, ist aber gut. Ok, das haben wir jetzt hier auch, jetzt benennen wir das hier natürlich nochmal um und zwar, äh, 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 mini, ibm, quads, import. Hier nennen wir es Ase, da nennen wir es mini, ibm, hier nennen wir es auch mal jetzt mini, ibm. Achso. Ähm. So. Ok. So, jetzt sieht das hier soweit gut aus. Ähm, theoretisch. Also Leute, lasst mich meine Gedanken teilen. Äh, aktuell packen wir von Quarz alles in den ersten Waggon. Alle Produkte. Wenn ich denen hier sage, hier pass mal auf Unload, ja, und dann über, ähm, bei das Frachtmenü sage, pass auf, lade hier nur Quarz und, ähm. Ähm. Quarz Oszillatoren aus, dann, ähm, wird das hier irgendwann, da natürlich Quarzsand und Quarz, also das, weil Quarz Oszillatoren viel weniger verbraucht werden als Quarzsand, wird irgendwann das Ding hier voll werden. Genau. Und, äh, dann hast du halt ein Problem, ne, denn entweder hast du nur Quarzsand drin oder nur Quarz Oszillatoren, auf jeden Fall ein Problem. Und, und damit wir das irgendwie besser machen müssten, äh, oder besser machen, wäre es sinnvoll, wenn wir die Quarz Oszillatoren tatsächlich, den Quarzsand und die Quarz Oszillatoren, ähm, in das zweite hier rein machen. Wo man sagt, hier, pass auf, hier, ähm, das wird abgeführt und, ähm, in die, in die Produktion und der Überschuss geht in den ersten wieder rein, ne, und wird dann quasi, ähm, ja, weitergebracht, ne. Das hat einen Vorteil, a, dass das Ding hier nicht voll läuft und b, ähm, hast du halt auch immer quasi, ähm, ja, den Überschuss im Laden. Das klingt jetzt doof, aber, ja, so ist es. Ich glaube, so werden wir es auch tun. Das bedeutet, dass wir hier, und so sollten wir es eigentlich auch überall machen, aber, ja, live is live. Wir machen das so. Eigentlich müsste ich hier sogar programmierbare Splitter packen. Weil, wenn wir beides hier rauskriegen, obwohl, nö, können das, ne, brauchen wir auch nicht, das ist gar nicht so viel. Ne, wir machen das so und dann können wir sagen, rechts, äh, Quarzsand, links, Quarz Oszillatoren, Mitte, Überschuss. So, und der Überschuss. Na ja, wie soll man denn eigentlich, ne, kann auch rechts sein, Überschuss. Und hier den Quarzsand. So, was haben wir jetzt gesagt? Mitte, Quarzsand. Und, by the way, das ist ja hier, jetzt will ich mich löschen, da werde ich einfach nur mal kurz das Material ändern, auf Wurtschfest, ja. Und, dass hier nochmal grün gleich wird. Okay. So, und dann machen wir, was ist denn hier? Machen wir das mal so. Okay. Jetzt haben wir hier die beiden Sachen, ne, hier einmal Quarzsand. Quarzsand brauchen wir hier, äh, wenn ich das mal so gucke, da, 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 in Puzzitka, einfach nur für die Circuitboards, glaube ich, ne, ja. Die da hinten. Das Ding hier nämlich. Sprechend. Das andere sind die Quarzsoszillatoren. Und das Gute daran ist, an dieser, an dieser Sache, und ich muss ehrlich sagen, da nochmal danke an den Stream, weil das ist, das war noch so eine Sache, da war ich noch nicht zufrieden mit und mir haben auch einfach die Ideen gefehlt, wie man das jetzt gut machen kann. Ich denke, das werde ich auch in der Masterclass nochmal thematisieren, wie man das am besten macht. Ich denke, das wird auch irgendwann dann voll laufen. Und dann brauchen wir die Quarzsoszillatoren. Und die, die müssen tatsächlich, ich glaube, die werde ich hier so unter dem Ganzen hier langführen und die müssen ja hier rein, ne. Theoretisch kommen sie ja von da. Das sind hier die Quarzsoszillatoren. Guck dir das alles an hier. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich meine, sie sieht gut aus und alles, aber... So, und da haben wir natürlich eine kleine Kiste, zum Glück nur eine. Guck es dir an. Uiuiui. Wir sortieren mal ein bisschen. Wir machen hier mal wieder eine kleine Orga. Himmel. Einmal. Danke. So, jetzt haben wir das da alles drin. Einmal. So, hier mega viel Kabel, ne. Was haben wir noch hier mega viel? Diese Dinger. Die 200 Kabel. Okay, wir kommen da nochmal dran. So. Unglaublich viel von diesen Dingern. Okay. So weit, so gut. Ja, schon krass. Das ist halt einfach übelst viel. So, und jetzt müssen wir halt einfach, ähm... Und hier machen wir die... Oh, die verstärkten Eisenplatten und auch nicht alles, ja. Muss man eigentlich alles abführen. Ja, jetzt, ne, hat man hier 200, 500, ne. Das, wenn ich das hier abbaue, dann habe ich die ganzen, ähm, Baumaterialien von dem Fabrikator plus den ganzen Inhalt. Und das ist halt schwierig. Was ich hier mal eiskalt machen könnte. Geben das hier hin. Macht da. Dann wird das zumindest alles leerer. Kabel, genau. Das gleiche Kabel kommt dann da hinten. Dann wird das alles mal fertig gemacht und dann ist es gut. Dann habe ich da nicht so den Stress. Dann wird das natürlich ein bisschen dauern, aber... Okay. So, jetzt die Quarzoszillatoren. Jetzt müssen wir einmal runter zu unseren Computern. Da haben wir natürlich auch schön aufgebaut, hier, ne. An so einem Glaskäfig und so, so ganz auf, ne. So richtig geil. Ja, scheiße ist. Wir brauchen jetzt nämlich irgendwie von den Dingern sechs. Wir haben vier. Das heißt, entweder bauen wir nochmal Stockwerk oben rüber, was nicht geht. Alles weg. Obwohl das ja nicht erbauen muss. So, müssen wir das hier alles nochmal wegnehmen, hier. Und dann werde ich das hier unten tatsächlich mal neu machen. So leid es mir tut. Warum ist das hier eigentlich ganz cool gemacht? Ich habe hier auch mit diesen ganzen Wänden gespielt, so als man hier diese kleine Öffnung hat. So, ich werde das hier unten, ähm, so belassen. Hier oben wird das alles abgerissen. So. Schade, so ein bisschen. Aber gut, beim nächsten Mal, ne. Ihr müsst daran denken, das wurde, das ist alles quasi entstanden, noch in Update vier Zeiten. Und ohne Masterclass. Und ich bin ja jetzt so ein bisschen auf dem Masterclass-Trip. Ich will halt alles darauf anpassen, weil es halt einfach super cool ist. Okay, also die Sachen. So müssen wir dann halt alles hier nochmal neu, diese ganze Scheiße hier, was wir hier alles machen. Naja, aber es ist okay, Leute. Ich glaube, ihr kennt das selber, ne. Man, man wächst ja. Auch in seinen Design-Künsten. Hust, hust. So. So, was man jetzt hier machen kann, ist hier ganz einfach erweitern. Bei einfach ist natürlich so ein bisschen relativ. So. Wie haben wir das? Äh, nach da. Okay. Okay, das kommt hier auch alles nochmal weg. Und dann, das hier oben alles. Ach, Mist. Den Boden hätte ich vielleicht nicht wegmachen müssen, aber. Okay. Ja, das muss ich auch nochmal nochmal machen hier. So, was immer hier unten alles passiert ist. Ja, ja, das ist, das ist hier zum Beispiel, da habe ich noch die Zwirkenböden, äh, nur in dieser kleinen Höhe gemacht, ne. Finde ich übrigens jetzt auch so geil, dass das hier so ein bisschen schmutzig aussieht. Kugel machen. Okay. So, jetzt kommen hier natürlich die Splitter rein. Und wir brauchen hier die Quarz-Ozillatoren. Und, was war's noch? Platin. Oh, easy. Perfekt. Das ist auch alles ein bisschen aufgeräumter, gefällt mir auch gleich viel besser. Aber wie gesagt, die Regel soll es nicht sein, dass man sowas neu macht, ne. So. Okay, Platin, holen wir uns von hier. So, und jetzt haben wir hier beispielsweise, ähm, das ist gar nicht hier. Von hier kamen die beiden, und Platin kommt dann offensichtlich von unten. Muss aber gar nicht. Autosave. Hier die Computer, das ist fein. Und hier die Platin. So, und die Platin. Da machen wir einfach ein, äh. Ich habe gar keinen Bock auf dieses Splitter. Aber obwohl es würde gehen, weil die würden hier, die nehmen halt nur zehn Platinen, ne. Und die nehmen halt natürlich weitaus mehr. Und der Rest der Platinen muss ja dann, ähm, ist ja dann sozusagen über, Überschuss. Und, ja, äh, Frage ist, dass ich das ein bisschen löse. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Also, wir machen doch einen Splitter. Da die Platinen und da die Platinen. Und am Ende des Tages kommen die Platinen, die Überschussigen. Was sind denn hier hinten das ein? Genau so wie mit den Quarz-Oszillatoren. Siehst du, das ist gut. Äh, äh, die Platinen werden hier gemacht. Genau, die Quarz-Oszillatoren nicht. Deswegen ist es da egal. So, das war dann einmal falsch. So, aber hier die Platinen, da kommt intelligenter Splitter. Das hier ist auch falsch geworden. Und ich erkläre euch das jetzt. Die Platinen werden ja hier hergestellt. Das heißt, wir brauchen hier den Überschuss. Der muss ins Lager. Und, äh, das heißt, ne, links, rechts, beliebig, Mitte, Überschuss. Bei den Quarz-Oszillatoren, die werden ja woanders hergestellt und kommen ja automatisch ins Lager, weil wir das oben mit dem Bahnhof regeln. Aber hier die Platinen nicht. So, dieser Überschuss der Platinen, der hier nämlich, den werden wir einfach mit auf diese Computer legen. Ne, werden wir nicht. Weil die Computer, die werden ja auch hier hergestellt. Und die werden, ähm, die werden ja auch hier wieder verbraucht bei den adaptiven Steuereinheiten. Da macht es mal also keinen Sinn. Wenn ich jetzt hier die Computer und die Platinen bräune, ne, und die Computer dann in die, in die, in die adaptiven Steuereinheiten bringe, ja, dann muss ich da auch wieder splitten und also ein Scheiß. Also lassen wir das. My bad. Wieder nicht genug nachgedacht. Aber ich erkläre euch, wie es jetzt am besten läuft. Also es macht mehr Sinn, die Platinen bei den adaptiven Steuereinheiten abzufahren, ähm, als hier. So, hier gehen die Platinen rein. Und dann gehen sie nach da. Und hier hin. Und das ist hier so der große. Hier kommen die Platinen rauf. Wobei man hier natürlich sagen muss, hier kommt ein intelligentes Blitter rein. So. unser überkuss geht dann tatsächlich in die mitte mit aufs bann für die additiven kontroll einheiten und die wissen wir ja die gehen ja direkt ins lager also perfekt und genau so machen wir das auch mit den computern die werden hier einfach zusammen fusioniert ehrlicherweise bin ich gar nicht so glücklich darüber also das redesign ist notwendig und ja schön dass man es auch mal sieht aber ja da habe ich am anfang nicht am start der serie nicht genug ich will nicht sagen nachgedacht aber ist was ich meine kommen hier machen wir dann mal irgendwie sowas und dann machen wir hier einen fusionator dann gehen hier die dinger hoch und hier das ding kann man aber gerade machen so jetzt haben wir das so perfekt jetzt kommen hier die computer und der überschuss der computer hier wieder weg der überschuss der computer kommt mit rauch aufs band hinten und wird ins lager geboten das sind aber auch nur die platinen und die computer weil die auch hier vor ort hergestellt werden schwerer modrahmen und automatische verkabelungen die automatische verkabelung werden hier aufgelöst aber die schweren modrahmen gehen dann richtung lager ok hier das gleiche im prinzip überschuss in der bitte weil sonst fällt sich das halt auch nicht sicher ich meine theoretisch würde es auch so gehen glaube ich aber ja gut jetzt müssen wir das hier noch einmal so funktioniert schon mal nicht ach ja richtig als ich mir denke my bad so machen wir das hier schön auf der höhe so jetzt aber das kommt hier auch nochmal weg Ich brauche hier mal eine ordentliche Fläche, sonst werde ich hier bild. Okay Das hier nochmal weg, das hat nämlich die falsche Orientierung, so okay, das ist noch da, da kommen die Computer raus, und die Computer gehen jetzt den, muss ich glaube ich auf der anderen Seite auch noch machen, ne, Computer gehen jetzt da rein, da hoch, und der Überschuss geht dann quasi nach hinten raus aufs Band, und bei den Platinen genau das gleiche, so jetzt bauen wir hier nur noch die Quarz Oszillator, und die müssen auch kommen, hier haben wir noch ein bisschen Dächer, das ist einfach ganz wild was ich hier gemacht habe, das war halt ne, Design by Chucky Leute, ihr erinnert euch vielleicht. Ich weiß gar nicht hier, ach genau, hier kamen ja auch die Quarz Oszillatoren mit runter, was ich hier nicht alles, was kann man eigentlich von da hin, raus vor allem. Ach Quarz Oszillator, gibts. Das muss irgendwann auch alles weg, und dahin ist der Export, und da muss dann alles drauf. Allrighty. So, hier die Quarz Oszillatoren, da überlege ich, ob ich nicht einfach, ja, das hier mit einem zweiten. Ich muss mal kurz einmal hier das ein wenig, äh, ja, mit Hilfe, mal sehen. So geht's, ne, ja. Perfekt. Okay, die Quarz Oszillatoren, wie ich sie liebevoll nenne. Okay, dann nehmen wir das hier nochmal weg. Perfekt. Dann machen wir die Rahmenfundamente doch nochmal so fertig. Nehmen wir den hier ruhig. Kleine Durchführung. Wo noch nicht? Mein Gott. So, jetzt aber. Alright. So weit, so gut. Das ist alles jetzt natürlich nicht mehr so big. Naja, das kannst du nicht bringen. Ist ja alles komplett drin. Naja, gut. Ja, und da, klar kann man sich jetzt hier hinsetzen, designen wie so ein Mensch, ne. Aber, was man halt auch machen kann, ist einfach nichts. So, und jetzt hier Quarz Computer. Boah, mach ich immer aber auch dreikreuz, wenn das hier, wenn das wieder läuft hier alles. So. Na, die gehen jetzt hier rein. Platin, dies, das. So, jetzt müssen wir halt nur noch quasi das von den, äh, na sag schnell automatische Verkabelung und so weiter. Ja, das haben wir hier, glaub ich, gehabt. Beziehungsweise hier, ne. Ja. Hier haben wir die, und da haben wir die. Und dann schauen wir mal. Ja, siehst du, shit. Ja, siehst du, da hätte ich doch einfach. Okay. Machen wir hier das Ding mal runter. Das ist die Höhe, die wir brauchen. So, und dann können wir die direkt hier hinten hinziehen. Von oben, kein Problem. Oh, ja, das ist wirklich, also ich muss sagen, Redesign, das ist auch nicht, deswegen will ich das ja auch in der Masterclass komplett verhindern, ne. Weil Redesign einfach so übelst viel, ähm, ja auch Zeit frisst, ne. Also wirklich. So, hier haben wir dann die. Dinger hier, das ist, äh, was will er hier, die automatischen Verkabelungen, okay. Ungenügend Materialien, tipptopp. Und der ganze Kram hier, den muss ich eigentlich auch noch abreißen, aber wir haben es auf jeden Fall ein bisschen eingedämpft. Dampft, eingedampft. Das Gute ist, ne, das mache ich jetzt hier auch, eins, zwei. Und dann können wir hier die, schon haben wir hier die beiden. So, hier sind die automatischen und hier die Rahmen. Ja, das passt sogar. Das ist sogar sehr gut. Na, das ist glaube ich ein bisschen schräg, oder? Ne. Und zwei zurück. Sehr schön, haben wir das auch. Und jetzt müssen wir jetzt nur noch die Endprodukte, also Computer. Und die adaptiven Steuereinheiten, die müssen wir auf eine Exportschiene bringen. Äh, machen wir das mal so. Also das auf jeden Fall da rein. Nein. Geht das hier so? Nein. Ne, geht auch nicht. Jedenfalls nicht gut. Zum Glück haben wir hier noch ein bisschen... Warte mal. So. Warte mal. Das geht nicht. Das geht nicht. Das müssen wir einmal noch hier bringen, glaube ich. Und schon hast du wieder hier diesen Schritt, ne? Okay. Jetzt haben wir das und jetzt müssen wir nur noch das. Perfekt. Jetzt haben wir hier schon mal sehr viel. Und dann kommt hier einfach nur mal so ein Fusionator. Zack. Und das ist jetzt der ultimative Export und der muss wohin? Da hinten hin, ne? Hier ist er. Export. Ah, da. Okay. Das ist das Ding hier. Das würde ich so mal machen. Zucken gerade. Perfekt. Und wir gehen jetzt hier. Aufentspannt. Rüberziehen. Perfekt. So, Leute. Und jetzt. Nach einer Stunde fünf haben wir es. Das ist wieder sehr krass, wie das alles wieder komplett passt. Aber dann. Ach so. Ja. Wir mussten noch die, ähm, die Dings hier. Die Highspeed-Konnektoren, ne? Die müssen wir halt auch noch aufpacken. Stimmt. Bevor es in die Kommentare reinkommt. Wo haben wir sie? Das machen wir einfach so. So, Leute. Und schon haben wir es fertig. Bisschen redesigned. Bisschen mehr Computer. Computer kommen rein. Platin kommen rein. Highspeed-Konnektoren kommen rein. Und adaptive Steuernheiten. Und alles auf einem Export. Perfekt. Jetzt müssen wir halt nur noch den Quarz-Dings hier umbauen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Leute. Ich bedanke mich für's Einschalten. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. An diesem Mittwoch. Und, ähm, dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Zur nächsten Folge. Da machen wir endlich Mini-IBM fertig. Und danach geht's dann weiter an die größeren, ich sag mal, Produktionen. Also, Leute. Macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Euer Tschuki.